Ich drehe mit deinem Rat hier vor der Freizeit. Bringen wir zum Kopf. Ich würde dich niemals wiederkommen lassen. Let's go! Viel Urlaub, viel Arbeit. Ich lese hier, Boris Schäfer. Wie du am Ende deines Lebens wünschst, gelebt zu haben, kannst du jetzt schon leben. Er ist krank. Was geht hier ab? Krieg. Ich drehe mit deinem Rat hier vor der Freizeit. Doch, was für die Paare? Aber es gibt noch kein Frieden. Gott, den! Der Brottsblätter ist auf der Freizeit. Der Brottsblätter ist auf der Freizeit. Der Brottsblätter ist auf der Freizeit. Hey, diete ich schon, das ist hier. Ich bin hier oben! 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 Ah! Ah! Ihr seid doch krank, Alter! Alter! Ich hab mir noch Wasser zugemacht! Ich bin hier oben! Ah! Komm her! Sag mal, wo ich zu Hause bin! Ah! Denk so! Entschuldigung, ich verletze! Ja, ja, ja! Ah! Ah! Hey! Komm raus hier! Guck! Guck! Mach alles zu, Jungs! Mach zu, mach zu! Komm! Komm! Was ist da? Ja! Ja! Ja, das ist hier! Hol Wasser! Halt zu, halt zu, halt zu! Halt zu, halt zu! Ah! Oh! Farrum, komm rein! Farrum, komm rein! Farrum, komm rein! Ich hab den! Ich komme! Farrum, komm! Farrum! Farrum! Hey! Farrum, komm! Emre! Ich würde dich niemals wegkommen lassen! Hey! Guck mal her! Hey! 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 Farrum! Farrum, farrum! Komm mal her! Hey! Hey! Ich bin schon umgezogen! Nimm alles raus, sonst gibst du zu Blech. Nimm raus! Verteidigst du jetzt nicht? Nein! Geil socker. Guck mal, lass mal Emre hier los erstmal. Zack. Habt nicht weh, keine Sorge. Emre, du wüsstest, du wüsstest, du wüsstest, du wüsstest, du wüsstest. Den krieg ich nicht. Emre, den krieg ich niemals. Und das war's. Riech raus, Emre. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal. Bist du raus, Emre? Ja. Bring raus. Bist du raus, Emre? Guck mal, was ich mit dir mache. Komm. Let's wrestle. Let's wrestle. So, Freunde, bei dem ganzen Spaß dürfen natürlich die wichtigen Baustellen wie Eiweiß und Vitaminen in den Spielen. Und daher empfehle ich euch die Produkte von Perfum Plus. Mit dem Code-Druck auf 10 bis 10% der Baustellen. Viel Spaß beim Einkaufen. Was sagt ihr, wer gewinnt? Ganz klar. Typ Rie. Typ Rie. Angst zu shooten. Ja, du auch. Krass, Emre. Ist auch nichts zu shooten. Ist auch nichts zu shooten. Ich bin nicht dumm. Müssen wir verlieren am Bescheid, weißt? Null. Ich hab den Boden gerade kontrolliert. Nein, scheiße hast du mal. Müssen wir verlieren. Taked uns schon da hinten angefangen. Müssen wir verlieren, he? Hey, nehm doch einen kleinen Jungen weg. Der Kleine. Der Kleine. Kommt nicht festhalten. Wir sind draußen. Punktabzug. Was? Der Kink steht hier. Punktabzug. Der Kink steht hier. Wir sind auf der Straße. Wir sind auf der Straße. Wir sind auf der Straße. Geh ringen. Punktabzug. Ringen will. Geht nach Hause. Cage. Der Löwe. 1-0. Ein Scheiß 1-0. Ein Scheiß 1-0. Ein Scheiß 1-0. Ein Scheiß 1-0. Komm, kleiner. Komm, kleiner. Weitchen halten, kleiner. Zack. Noch einen für euren Bruder. Noch einen. Hier. Wollt ihr noch einen? Ja. Willst du noch einen? Reicht für dich einer? Nein, reicht nicht. Der ist für dich. Bam. Was denn? Was? Chicken. Komm, komm, komm. Little chicken. Der Champion ist hier. Der Ungeschlagene. Alle klatschen. Das ist der Vertrag mit dem Ruf eines Menschen, der 4-0 verliert. Hey. Da sind Leute, die Schwacheste mitten, aber mit mir resten. Aber bei Schwachesten... Bruder! Der Meite schritt ja nicht runter. Drei Take-Touts. Jeweils zwei Punkte. 6-0. Ich bin der King, Baby! King! Let's go! Wer ist der King? Wer ist der King? Ich bin der King! Ich bin der King! Ich bin der King! Ich habe euch beobachtet. Emre, du? Emre, guck hier hin! Ich bin der King! Ich bin der King! Ich bin der King! Ich bin der Anxo, ich komme auf das Wetter hier nicht klar. Die Einzelne die mitkommen sind Was? Der Rest bleibt zu Hause. Das war auf Hefa das letzte mal dass hier einige mit in den Urlaub gekommen sind... Das war's... Das war der Polnische Moncleren? explodes! 3,50 Euro. Egal, wir achten nicht auf den Preis. Seht ihr, manche achten auf den Preis. Wir achten einfach nur auf Qualität. Hauptsache, die Jacke hält warm, Junge. Also, das ist einer von den kleinen Garten, der auf jeden Fall nie wieder mit mir in den Urlaub kommt. Der Junge hat fünf Tage lang keine Leute schlafen lassen. Er hat die Tür von meinem Zimmer aufgerissen nach Eis gedacht. Geh mir aus den Augen. Geht zu, ey toll, geht zu, Jungs. Geht auf, geht auf, geht auf. Keine Autos. Kommt da jemand? Stopp, stopp. Salam aleikum. Die Lage bricht. Wir bringen jetzt kurz das Auto zurück und dann geht's weiter bis zum Flughafen. Das ist so aus, Freunde. Ich weiß nicht, was ihr macht, wie ihr hier alle nach Hause kommt. Ich werde abgeholt. Da haben wir einen Einzelgänger. Wie ich hingebracht worden bin, so werde ich auch abgeholt. Es gibt noch drei Plätze im Auto, aber niemand wird mitkommen. Ich strafe, dass ich die ganze Zeit am Foul-Ensen ist. Wie der andere Läufe seinen Koffer tragen und ziehen, gehen wir ihm jetzt auf Kamera. Hey du Nervensegel. Ich bin hier am Foul-Ensen die ganze Zeit. Was machen wir denn jetzt? Fragen an Sie? Wow, was für ein Prachtexemplar. Ich sehe gar nichts. Erste Frage. Was sagen Sie zu diesem Trip? Es war ganz erfolgreich. Es hat mir gefallen. Okay. Es war viel Urlaub und viel Arbeit. Viel Arbeit? Wie meinen Sie das? Der Urlaub ist eigentlich dazu da. Da hat man abgeholt, oder? Wenn man nachts wach bleiben muss, ich muss nicht geprankt werden. Ich weiß nicht. In diesem Spiel gab es auf jeden Fall keinen Gewinner und keinen Verlierer. Ja, ich bin der Champion. Ich bin der Champion. Ich habe nichts abgekommen, was? Oh, Kommentare. Ob du oder ich. Jeder wurde gerippt in diesem Kreis. Der junge Herr hier hat es geschafft. Ich habe 30-jährige Männer dazu gebracht, dass sie sich in Toiletten eingesperrt haben. Zeig mir einmal, wer es geschafft. Leute sind aufs Balkon gesprungen. Zeig mir noch eines mal. Kaputt schneen, joh. Jetzt ab in die Kontrolle. Der gefährlichste Part von allem. Da kann nämlich meistens was auflegen. Kaputt schneen, joh. Nicht, aber du hast das in der Tasche. Warte, was passiert? Leute, ich schäme dich. Ich klaue mich. Schau dir. Es werden sogar Handys geschaut. Ah, der Kelle. Der hat das in die Tasche getan. Was ich mit Leuten mache, die mich beklauen. Der hat den 100% beklaut. Der hat geschworen, der hat das nicht. Ja, ist doch nicht. Aber hol das mal da raus. Der Blut geht weiter. Der Flugzeug. Wie heißt das? Kaputt schneen, joh. To be continue. Ich bin am Essen. Interview. Komm her. Jungs, bitte. Lass mich jetzt in Ruhe, ich will mein Buch weiterlesen. So wirst du sehen, was ich lese hier. Boris Schäfer. Die Gesetze der Gewinner. Was hast du da jetzt rausziehen können? Ich bin grad bei der ersten Seite. Das ist doch die Beine, was ich machen. Wir lernen schon was aus der ersten Seite. Wie du am Ende deines Lebens wünschst, gelebt zu haben, so kannst du jetzt schon leben. Das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Unser Onkel. Hast du unser Onkel? Den haben wir grad kennengelernt. Und wir tragen natürlich das Taschen von den Eltern. Die Reise war wunderschön. Wir hatten jede Menge Spaß. Ich denke, ihr hattet jetzt Spaß. Wenn das Video hier rauskommt, habt ihr schon alles gesehen. Alles was lustig war. Das war die beste Reise meines Lebens. Die lustigste Reise. Oder ne, eine der lustigsten Reisen. Eine der lustigsten auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Die kommen immer unter die lustigsten. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Los. Bis zum nächsten Mal.